Einen wunderschönen guten Tag nehmen und herzlich willkommen zu einer neuen folge von inside da ist ein seil kann ich da hochgehen tatsächlich ist mir jetzt gerade aufgefallen ich wollte euch mal gucken ob ich da das fenster irgendwie mit all den kaputt machen kann dem war allerdings nicht so ist die frage was ist denn das ist einfach so ein secret ja da wieder hier kann ich die eventuell so hoch bringen so da wieder hoch das müsste gehen oder dann können die oben mich nämlich nach oben schmeißen oder geht es also klar müsste es gehen sehe nicht warum es nicht funktionieren sollte so guck mal jetzt sind ein paar hier nicht viele aber genug das ist zwar nur ein secret aber ist egal eine Errungenschaft Büroräume na dann das sieht so brutal aus wenn die immer alle runterfallen kommt mal mit alle in den Fahrstuhl hop hop dann gehts nach unten dann gehts nach unten mal gucken was uns unten erwartet ok nach links gehts nicht was kommt jetzt was war das so ja sehr gut wir sind alle auf dem Boden prallen wir sind aber wieder aufstehen so und was kommt jetzt jetzt müssen die mich da nach oben schmeißen ja na dann machts gut meine Freunde ich lasse euch jetzt halt zurück hauptsache mein Charakter kann flüchten das ist das wichtigste was ist das Nummer 4 da hat noch einer geraucht das Telefon da war gerade einer ist das hier der Ursprung allen Übels die machen ja hier komische Experimente aber der ist auch sieht nicht gesund aus die hier oh shit ich dachte der verfolgt mich haha ok da passiert was spannendes was passiert denn da kann ich auch gucken die fragen sich jetzt was macht das kleine Kind da was passiert denn da creepy aber ok ich muss einfach nur hochgehen sollen die ruhig gucken was da was doch immer da ist oh ähm hä was habe ich falsch gemacht ah muss ich hier hochklettern ah ja 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 so Anlauf nehmen und dann am Abflussrohr hoch jetzt prall ich dann da in das keine Ahnung Gefäß Gefängnis wie auch immer man das nennen will rein und überrasche sie alle ne da sind noch mehr was ist denn da los keine Ahnung hoppala ein bisschen ein bisschen laut Hauptsache wir sind im nächsten Raum das ist das wichtigste wie viele Kapitel noch ja nicht mehr viele nicht mehr viele halte ich gut fest so er ist falsche Seite braver Junge und was haben wir hier oh okay oh ähm achso guck mal ich kann da noch nach unten gehen ich würde eigentlich gerne drehen vielleicht so dann dreht das wieder ah gut ich kann ja natürlich auch einfach drauf klettern oder so zack jetzt klettere ich halt den ganzen Weg nach unten kein Problem wunderbar wie viele Kapitel sind es wirklich noch 1 2 3 4 5 6 7 8 noch 10 die kriegen wir nicht alle in dem Part durch das kriegen wir wahrscheinlich nicht fertig denke ich jetzt mal so hier können wir wieder schwimmen gehen hier haben wir doch oh shit halt ich mal fest sehr gut dann mach das da weg oh boy war das klug zuerst da hin zu gehen oder muss ich hoch gehen nee es geht ja gar nicht hoch ah muss irgendwie an diesen Hebel kommen scheiße ähm ah warte mal hier ist auch ein Schalter ah jetzt ist es ausgeschaltet okay ah dann muss ich das hier rausnehmen ah nee das ist einfach die Luke die geöffnet wird okay ähm warte mal warte mal ich glaube ich weiß wie ich das machen muss ich muss so schnell wie möglich nach unten bevor das Ding ordentlich starten kann so und dann zieht es mich ja dann automatisch richtig schnell nach oben ja jetzt bin ich genau hier was ist das kann ich das ausstecken kann ich oder was machen die hier für Experimente oh komm da kommt noch Blut raus ach du scheiße jetzt ziehen sie mich rein oh ah jetzt kann ich das ganze Ding bewegen oh boy ist das hässlich ist das hässlich das ist eine richtig hässliche und grausame Monstrosität Jesus Christ kann ich hier einfach mal alles ausstecken oh oh sehr gut ach du scheiße warte mal acht Kapitel noch was ist das denn und wir rushen einfach durch hier das kann ich doch sicher einfach wegmachen natürlich und nochmal oh 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 ich mache ja alles kaputt oh jetzt sind wir wieder hier kann ich jetzt noch größer werden oder nee iiih ah ich kann die Wand zerstören oder was nee die sollen mir mal nach oben helfen sehr gut sehr gut überraschung sehr gut komm raus raus hier ja da müssen wir irgendwie hochkommen ha fragt sich nur wie immer hier durch ah so so können wir das machen na gut come on zum Glück haben wir so viele Arme und Beine mittlerweile sehr gut dann muss ich schnell hier drüber klettern wie viele Menschen das wohl sind naja wenigstens probieren sie mich nicht zu töten das ist ein neues Kapitel noch nicht ganz ja ich störe jetzt halt die Mittagspause oh noch nicht alter ich mache ja alles kaputt hier oh alles rot noch kein neues Kapitel egal wir band mal den heutigen Part ich sage danke fürs Zuschauen macht's gut meine Lieben tschüss das d bla das das Vielen Dank.